servus und herzlich willkommen es ist wieder soweit nach die kuh die schreit ja es ist soweit sehr schön jetzt ist soweit wir spielen wieder eine gemütliche runde medieval dynasty und wie ihr seht ich stehe nicht zu hause ich stehe unten und zwar da wo wir in der letzten folge unser häuschen gebaut haben zumindest da war es mal oder da ist es ich habe holz ich habe stein ich habe ein paar bretter und weißt du schön war holen wir uns mal gleich mal unseren stein kann ich denn noch spiel ich kann noch laufen es ist gut ich habe noch nichts geändert würde jetzt naja mich da einfach mal rein stellen und zwar so ins eck dass ich ein bisschen was weg bringen genau jetzt geht's bewegen nicht mehr und dann haben wir raus jetzt geht's auf so folgendes wir machen hier natürlich mal ein häuschen so haben mein gutster 1 2 3 4 5 ehrlich 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 so dein ist weg super bleiben wir den nächsten bewegen ist noch nicht möglich komme ich dahinter ja doch ich komme da auch hinter gut dann machen wir hier mal eine wand eine steinwand mittlerweile müsste ich mich dann wieder ein bisschen bewegen können ja ganz ganz langsam ok gut egal hier kommt ebenfalls eine wand rein so jetzt dürfte es dann schon wieder besser werden ja jetzt jetzt gehen wir jetzt gehen wir das gewicht weg jetzt können wir uns wieder bewegen sehr gut dann stellen wir uns da gleich mal in die mitte rein so zack 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 sehr schön und dann dürfte das jetzt einfacher sein immer mal ebenfalls eine wand rein einmal zu und dann gibt es hier hinten zwei schöne fenster wo man ganz geschmeidig hat wie das war nichts dies war nichts so jetzt dass man rausschauen kann auf also im frühling ist doch das herrliches bild da ist das weizen da ist das weizen und die blühenden kirschbäume und alles mal herrlichst ehrlich ist damit der flechtwand so hier kommt keins rein 1 1 1 1 1 1 sehr schön hier stellen uns akklammer da wieder her lechtland gibt es keine hier machen wir wieder ins stein fenster stein fenster sehr schön läuft und hier ebenfalls eine wand so steinwand wird es bei vier fenstern belassen aber halt jetzt vier fenster in eine jeweilige richtung ins 2 eigentlich kommt man bis zur straße hin ja ja es wird ja zu jetzt nicht so steinwand jetzt wird es zu wenig war klar aber das macht nichts sagt einen wir holen uns noch stein 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 vielleicht so funktioniert das nicht ich würde sagen wir hauen hier die hälfte an stein stein raus wir brauchen nicht so viel jedoch das parfüm und das ganze zeug immer weg tun können 37 das sollte reichen mannlos getroffen hier können wir zu machen und steinwand ich habe noch 20 heute stimmeln ja da geht schon auf geht's wir haben kein brennholz wir haben kein brennholz mehr ich habe was umgestellt und zwar habe ich auf auf holz umgestellt das müssen wir jetzt gerne ändern weil sonst wären das mir zu viele und dann sind die nämlich unglücklich wartet mal ja genau ich habe da einfach mal gepokert ne bedarf null produktion 25 sie wenig ach genau ich habe hier bretter gebaut können wir aber jetzt wieder weg machen wird sagen das zu viel hat funktioniert so nicht funktioniert so wo wir mal wieder zehn prozent hier gehen wir nach oben da haben wir hier 40 prozent oder ein bisschen mehr haben wir mittlerweile paar stämme genau so was muss das dann sich jetzt relativ schnell wieder erledigt oder das sehen wir jetzt gleich mann jetzt hier mal ein türchen rennen dann schauen wir mal was kommt hier ihr wollt weniger sieben wird wieder mehr mal gucken sehr schön und nicht stroh bin auch sein held möchte natürlich ein richtiges holzdach wird keine bretter und hier haben wir ebenfalls noch stein das können wir mal gleich fertig machen genau hierhin komme ich ja nicht hoch da komme ich nicht hoch aber wir können hier schon mal ein holz brett verhauen so gut dann würde ich sagen bretter man sollte auch etwas näher hingehen dann würde das auch funktionieren wuchs naja ich beobachte das ganze gerade echt ein bisschen mit sorge weil da jetzt 18 17 9 also irgendwie haben sie es noch nicht ganz im griff eventuell müssen wir da einschreiten eventuell müssen wir da einschreiten sehen wir jetzt gleich wenn es jetzt nicht besser wird dann müssen wir da was tun ja nee wird nicht besser gegenteil eher schlechter wenn wir da mal kurz einschreiten müssen ok es könnte fast gehen 16 ja genau es könnte hier relativ gut ausgehen dass ich hier noch ein paar holzstämme übrig habe eventuell sieben stück wenn mich nicht austauscht so hier haben wir noch eine steinwand genau genau mach weg dann machen wir hier noch schnell ein strohdach machen wir ganz darf ein strohdach mach dir ein strohdach heutzutage noch so passt mal auf dann hauen wir jetzt die restlichen dinge raus oh ja haben wir den holzbrett elf stück hält man noch wird nicht ganz reichen wir müssen jetzt halt einmal schnell ein bisserl ein bisserl zeug machen ein wenig brennholz so ich würde sagen wir machen jetzt mal vier stück dann haben wir die da rein und sind nämlich wieder zufrieden nicht dass hier die moral sinkt das wollen wir natürlich nicht so ich habe das angepasst in der nacht noch mit der hoffnung dass es funktioniert aber wie man sieht es funktioniert nicht ok warte mal komm her da hier 24 brennholz rein jawoll dann machen wir hier gleich mal weiter also ich denke so was habt ihr auch oder gibt immer wieder mal so so situationen da wo man dann sagt schlecht hätte doch anders laufen können aber gut außerdem müssen wir mal was frühstücken wir sind ja noch ohne ohne mampf kein kampf und ich bin hier am bergeln wie ein bekloppt und habe eigentlich hunger und tust ja das ändert mir jetzt gleich jetzt machen wir mal schnell die noch fertig und dann gibt es nämlich was leckeres zu essen wir schauen einmal vielleicht kriegen wir einmal ein Brot eine Suppe und ein Brot hm das wäre doch mal zum Frühstück ah Holzfäller Frühstück bei uns in Bayern gibt es sowas wie ein Stramenmachs hm 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 der Stramenmachs genau das ist ein Brot mit einem Leberkass und einem Spiegelei obendrauf so ähm genau jetzt halt ich wollte einfach nur nochmal schnell die elf Bretter mitnehmen sind es schon zwölf es sind sogar schon dreizehn ist das der Wahnsinn ich glaube wir kommen rundum dann machen wir jetzt das noch fertig ey und dann haben wir unsere Brotzeit verdient hätte ich gesagt ja es reicht um ein Brett nicht das kann es doch nicht sein oder ey Karamba schaut euch das einmal an hm hm schlimm aha wer kennt denn von euch eigentlich den Stramenmachs also so als als äh Essen könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben wer kennt den Stramenmachs hihi so und jetzt haben wir kein Holzbrett ein Holzbrett ach Jungs eins hab ich nicht nur irgendwo eins rumliegen kriegt da nicht nur irgendwo ein Holzbrett hallo habt ihr nicht nur ein Holzbrett nur eins würde ich auch nur muss ich jetzt echt ach komm mäh mäh apart ich bin mir ziemlich sicher ich hab keins mehr irgendwo rumliegen doch ich hab eins ich weiß sogar wo ha 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 da das hatte ich irgendwann mal hingebunkert wie viel sind denn das noch oh 22 naja dann verlagen wir ja den Rest nur ein falls wir was brauchen zum renovieren blablabla da mal rüber hallo streichelt so streichelt so so alles gut bei euch zwei achsen die so weiter 3-3-datsch fertig so dann lagern wir das sind noch Steine da dann nehmen wir mal mit jetzt können wir uns wieder langsamer bewegen so hängen geblieben am Schild lehnt sich da einfach ein Schild so das war jetzt nix die schmeißen wir aber raus so 108 dann machen wir einfach mal ganz schmiedig die Mitte so wie ich hab ein Türmchen gebaut sehr schön gut die Bretter kommen dann hier wieder rein läuft wir haben dann einen Topf ich würde sagen wir gehen frühstücken wir gehen frühstücken doch mal den hammer weg rassi mehr mein gutster nee wir müssen noch schnell das hier verbauen die 39 Heidsteine kommst du mal her genau außerdem aha apropos da haben wir jetzt mal ein bisschen was drauf ich habe nämlich noch was gemacht wartet mal ich möchte euch das zeigen und zwar hatte ich im Grabungsschuppen zwei Leute da habe ich jetzt mittlerweile einen abgezogen und zwar den Rosmund den hier der wohnt eigentlich im Grabungsschuppen mit der netten Dame die da noch im Grabungsschuppen drin ist aber die machen ja momentan nur ganz wenig Ton relativ viel Kalkstein und wenig Stein äh genau halt hier ist es genau das werden wir dann umstellen wir werden jetzt weniger Kalkstein brauchen das wollte ich eh noch machen ein bisschen mehr Ton und ein bisschen mehr Stein genau so so sollte es passen dass wir uns jetzt langsam aber sicher daran gewöhnen wir haben ja nicht mehr so viel Kalksteinbedarf es ist nicht mehr so viel wir haben dieses Häuschen jetzt noch ein bisschen was zum renovieren möchte ich natürlich beiseite legen so 20 oder 40 und dann haben wir nur noch ein Häuschen das wir jetzt upgraden müssen das hier eins möchte ich natürlich freilassen also auch halt einfach eine Reserve genau eine Reserve brauche ich ähm und zwar schaut mal wir haben jetzt hier 62 ich baue noch ein Häuschen dann da sind wir bei 63 mit Taverne sind es 64 ähm halt Schenke Schenke ist ja nicht mehr die Taverne die Schenke und dann ist es nur noch ein Gebäude und dieses eine Gebäude hätte ich ganz gern einfach frei falls noch irgendein Fade oder irgendwas was kommt genau hm so wäre die Idee so wir haben alles verbaut und wir haben gewaltigen Kohldampf wir zimmern dann hier mit den restlichen Steinen gleich noch eine Mauer äh ach wisst ihr was wir zimmern hier gleich mal weiter das gefällt mir wir hauen jetzt hier gleich mal eine Mauer rein äh haben wir denn noch ein Brot bitte 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 nö wir haben es natürlich wieder geschafft alles zusammen zu futtern schaut euch das mal an es ist einfach nichts mehr da muss ich mir jetzt mein Brot selber backen das kann es ja gar nicht sein ich hab nicht mal mehr irgendeinen anderen Eintopf oder irgendwas da haben wir auch noch Vergiftung auch drauf selbst der Salzfisch ist weg was ist denn da los Tatsache ist nichts mehr da ähm ja da weiß ich was ich heute Nacht tue wir holen jetzt hier mal ein Fleisch ein Fleisch da gibt es halt eine dicke Fleischeinlage für meinen für meinen Eintopf hey Jungs ihr müsst jetzt da mal ein bisschen Gas geben also irgendwie hat es hier noch nicht so der Bringer wo ist denn da das jetzt verstehe ich wir haben ja da ein paar Neugeborene schaut euch das mal an wir haben ja hier eins zwei drei vier fünf fünf mit null Jahren die sind ja jetzt alle dazukämmer und wisst ihr wo die fehlen da fehlen vor allem welche hier ne das sind zwei ach die sind jetzt die sind in der anderen hier fehlt auf jeden Fall noch eine äh da gehen halt die Knipsler spazieren schauts einmal boah im Synchronmarsch links rechts links rechts auf gehts Jungs und Mädels wackel dackel ganz zu zweit genau das erklärt natürlich die eine fehlt das erklärt natürlich einiges alles entschuldigt naja fast so wir brauchen einen Eintopf und für den Eintopf da gibt es jetzt halt noch ein bisschen gebratenes Fleisch dazu drei zwei eins zack und ein frisches Wasser aus dem Eimer sehr schön ok wir haben wieder gestärkt dann würde ich sagen verkloppen wir unseren unseren Stein eventuell auch hier ich muss mir das jetzt gerade mal schnell überlegen glaube ich möchte ich möchte den Stein ich habe ja da ein bisschen was jetzt pass mal auf tscholli 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 es tut mir immer so leid wenn ich unser unser hottehy hier mit mit tscholli du bist wieder mein Steinträger wenn ich jetzt hier die 54 Steine einfach in dich reinbutter also ja du weißt schon du magst nicht aber du musst ha du hast leider das losgezogen mein hottehy zu sein I'm so sorry so ja gut jetzt gehst mit komm mit tscholli komm mal mit ich habe da nämlich eine Idee ich glaube dass das echt cool ausschauen wird wenn wir hier ein Stück Steinwand verzimmern könnten und dann so können wir das mal anschauen jetzt passt mal auf wir gucken mal ah wartet wir müssen mal schnell auf abrissen damit ich sehe was wo irgendwie steht oh das wird hart das wird hart also hier kann ich schon aber ich kann hier keins durchzimmern ich denke nicht das ist viel zu knapp schau mal ei 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 viel zu knapp aber warte mal wir hauen jetzt hier den Schotterweg weg wir haben ja die Möglichkeit den Schotterweg danach einfach ein Stück weiter rüber zu ziehen genau ich habe da mal eine Idee wir zimmern jetzt von hier weg ganz knapp hm ne halt kein schon Stein ne wir zimmern jetzt hier ganz knapp nach oben vielleicht kriegen wir nämlich da sogar ah wartet mal ich glaube ich kann sogar noch ein Stück näher ran noch ein Stückchen näher ran ich glaube das soll es sein wenn mich nicht alles täuscht sollte es richtig cool ausschauen zack und dann hier hinter bis zur Laterne bis zur Ecke bis zur Ecke von der Küche oh yeah so aber das Steinmalchen muss auf sein dass man da noch rein kann zum ernten und hier müssen wir noch ein Stück nach hinten zimmern passt mal auf so ok ich habe mir eigentlich vorgenommen ich mache jetzt hinten das Häuschen fertig und dann hier noch ein Stück äh Steinwand äh genau hier so zack wow genialst also noch kommt man hier durch aber bald kommt man noch nicht mehr durch das tun wir weg und dann tun wir hier ne das lassen wir so offen ok zack ich glaube das sieht richtig geil aus ok ähm Jolly 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 ich habe ja hier noch Platz und wisst ihr was dann hier reinkommt ein Bänkchen hier kommt noch ein Bankerl rein ein Bankerl und noch irgendwas ah da da finde ich schon was sehr schön ich freue mich gerade wie ein Schnitzel es nimmt nämlich alles langsam aber sicher schöne Formen an dauert alles ein bisschen aber das ist gar nicht schlecht genau und ähm die Google Site steht wo dann der Download irgendwann kommt genau also ich habe fest vor meine äh mein Site Game hier das dann irgendwann nochmal fertig ist wenn die Schenke steht und wenn alle Gebäude gebaut sind ähm und dekoriert natürlich je nachdem wie lang und wie viel soll dann der Download mal kommen dann könnt ihr euch irgendwann wenn ihr Lust und Laune habt das safe gerne hier runterladen so ist der Plan ja Jolly sagst du auch nichts mehr so muss das sein ja kann ich noch was tun für dich? hast du Hunger? hast du Durst? du bist los? hm da bin ich leider raus ich muss jetzt erst einmal du brauchst dich brauchst du gar nicht nein 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 da rüber so nein du bist los da rüber nö tut mir leid I'm so sorry ich muss jetzt hier Steinmeierchen ich muss Steinmeierchen bauen doch nicht so ich muss hier Steinmeierchen bauen so 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 hoffentlich rückte man jetzt nicht auf die Pelle ist das beleidigt? nicht? ok Gott sei Dank uh oder doch darüber hast du Hunger? ah auch nicht dem kann man es aber auch nicht recht machen also ich muss euch ganz sagen der ist echt anspruchsvoll wirklich der ist auch anspruchsvoll du meinst die Branno? jetzt komm hm ja ab und zu ist ja nicht so einfach aber da brauchen wir noch ein paar Steine ach das hast du gemeint jetzt jetzt gleich sagen können da holen wir noch ein paar hm nicht? ärgert die der? oder die besser gesagt so brava warte mal komm sorry machen wir da mal vorsichtig vorsichtig damit wir da niemandem weh dran wo ist denn? da ist so brava pass mal auf ich nehme mal entschuldige schnell mit da noch ein paar Steine hm also Entschuldigung du kannst mir dann alles machen aber nicht in die Gewerkschaft nicht in die Gewerkschaft einsteigen gell? ja ich meine schon die was wie? na alle beschweren sich was ist denn heute los? weiss es auch nicht 66 äh 67 passt Entschuldigung mit hm das geht schon Entschuldigung das wird schon du wirst sehen das ist alles halb so wild dann kriegen wir das schon hin wir zwei na fahr mal durch schau her dann machen wir da rüber da oben runter und dann kannst du hier ganz geschmeidig kannst du jetzt da bleiben und so ja und nicht der Gewerkschaft zu beitreten gell? so oder so ähnlich nicht? ok gut komm wir aufs Bolle nicht? ok dann nehmen wir mal dann nehmen wir mal unseren Hammer raus und hauen dann ein wenig aneinander ja der tut dann der tut das wirklich nicht das war ja schlimm wenn uns der da entgewerkschaft abhaut nicht? wo ist denn heute los? wo ist denn heute los? wo ist denn los? wo ist denn los? du ich muss ich muss hier erst was fertig machen da können wir noch runden reiten gehen aber so funktioniert das nicht ich muss erst was fertig machen weil es so schön ist habe ich mir dann gedacht gehen wir mit den restlichen steinen noch schnell da hinten und machen da drüben noch was so jetzt ist das Mäuerchen hier auch fertig Entschuldigung schau mal wie schön das das ausschaut hat er auch noch eine Mauer abgestellt komm wir dann hauen wir weg ein bisschen Mauer da kriegt er gleich noch mit drauf auf unseren Screenshot ja sehr schön super du magst los gell Entschuldigung aber es hilft nicht kann ich nicht nicht? so jetzt auch komm einmal drauf und dann geht es da nochmal hinüber so rauf so ab und zu gell so dann würde ich sagen machen wir jetzt hier noch ein Stückchen du darfst schon mit du darfst mit alles gut gell? ähm stopp den haben wir raus dann den Abriss und dann machen wir hier einmal unser Mäuerchen so aber von hier ganz geschmeidig ganz geschmeidig ganz geschmeidig äh mein gut wie klar so und so rüber Richtung genau so zack und dann hier da dran ich werde mich so ärgern dass da Korte nicht ist wunderbar aber ganz ehrlich ich glaube das schaut gut aus wir fangen wir da unten mal an Entschuldigung rot schon mal so dann verhauen wir den da noch ein paar Steine haben wir ja noch drin liegen ähm in unserer Kiste da können wir dann auch mal ein bisschen was machen so sehr schön zack da bleibt mal wieder eins übrig ne oh den haben wir uns da drüben jetzt pass mal auf ja ha ha ich habe da noch ein paar Steine rum zack 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 da noch ein paar Steine und noch ein paar Steine und noch ein paar Steine und noch ein paar Steine noch einer so sehr schön ist ja nicht so dass wir gar nicht Steine nicht finden genau was denn hm ja ich hole noch ein paar jetzt pass auf da liegt noch einer zumindest ein paar dass wir zumindest noch bis zum Heißel kommen ähm da liegt jetzt wieder nichts mehr man denkt auch 100 pro ein Hafer Steine umeinander ne da liegt noch einer und da herunten weiß ich dass ein Haferraum liegt wenn man es halt sehen darf gell man könnte ja mal schauen ja da ist noch einer ein paar zumindest da da und da da und da und da das reicht jetzt erst einmal da sind 10 Stück da haben wir da jetzt noch da haben wir noch 2 11 12 13 ähm genau gut so ab durch die Mitte dann hauen wir da jetzt noch schnell was raus 1 2 3 4 5 3 2 1 es bleibt wieder ohne übrig ist es immer das gleiche genau aber einen finde ich schon noch und den da wir dann da noch mit rein ok und dann ist es auch gegessen zack einen komm einen Stein einen Stein Dünger 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 da haben wir einen Stein zack einen so gut da geht ihm die Brust aus am Rasimir da muss er ächzen so zack schau sehr schön haben wir weg und Johnny was hat es jetzt davon schaut doch gut aus warte mal warte mal ein Fischer da bauen wir natürlich noch ein paar Laternen aber jetzt muss ich dann zum Kochen gehen weil unsere Köche das irgendwie nicht im Kreis haben dass sie unser ganzes Dorf da ernähren ne ich meine Schunkost und Rohkost alles schön und recht aber man muss ja nicht übertreiben so gut dann würde ich sagen ähm noch ein kleines Ding in eigener Sache bevor wir hier einen Deckel drauf haben würde ich mich natürlich über Abo freuen also alle die die noch kein Abo da haben und sich ab und zu meine Späße mal ganz gern anschauen lasst doch ein Abo da dann da hat mein Kanal noch ein bisschen wachsen und äh ja war cool da hat mich gefreut was auch und ja mit den äh Worten würde ich dann sagen haltet du einen steif bis zum nächsten gemütlichen äh rumhauen auf irgendwelchen Steinen und ähnlichen und dann fährt das ab und zu gegen mich ist aber hat er gehört oh jetzt hat es leise ist hat er gehört ähm genau bis zur nächsten Runde medieval dynasty bis dann euer Fuchs ciao ciao